Die Kinogängerin Ich war vielleicht 22 Jahre alt, als diese Geschichte begann. In meiner Erinnerung ist alles wie Fäden, die ein Stück verlaufen, enden, sich verknoten, verzweigen, anders weiter verlaufen. Am Ende ergeben sie vielleicht ein Netz aus Knoten und Fäden, aber man sieht nicht, wohin es führt. Eine Linie führt irgendwohin, wenn man ihr folgt. Ein Netz bleibt in sich geschlossen, um etwas einzufangen und festzuhalten. Ich weiß nicht genau, was festgehalten wird und was sich nicht halten lässt und ob so Erinnerung funktioniert. Ein Netz aus Knoten und Fäden zu entwirren und darin die Linie der Erzählung zu finden, sie zu verfolgen und irgendwo hin zu gelangen. Also, beginnen wir an einem Punkt. Es kann irgendein Punkt sein. 1989 warst du 17 Jahre alt. Ein gutes Alter für friedliche Revolutionen. Uns interessiert hier aber weniger das Biografische. Diese Geschichten sind mehr oder weniger bekannt und relevant. Wir nehmen deine Suche als Beispiel, um eine Spur durch zwei kontroverse gesellschaftliche Systeme hindurch verfolgen zu können. Es wird also um Substanzen, Dissonanzen und um Farbspektren in Systemen gehen. Aber folgen wir doch einfach der eigenen Logik, die Bildwelten inne wohnt. Eines der beiden Systeme erschien offen, modern und in klaren Farben. Das andere war abgeschlossen, die Zeit in ihm verlangsamt. Und es hatte ein seltsam fahles, entsättigtes Farbspektrum mit differenzierten Graustufen. Ich erinnere mich an merkwürdige Paradoxien. Zum Beispiel, dass in Schulbüchern das eigene System mit Farbseiten und schönen Szenen unter blauem Himmel illustriert wurde. Für die Darstellung des gegnerischen Systems wurden jedoch die trostlosesten Motive ausgewählt und einfarbig auffallend schlecht gedruckt. Die Trübenbilder konzentrierten sich auf die düsteren Erzählungen der anderen Seite. Auf Armut, Obdachlosigkeit und Kriminalität. Einmal fragten wir den Lehrer, warum eigentlich nicht alles im Buch farbig gedruckt worden sei. Das war natürlich eine Fangfrage und die ausweichende Antwort war kurz und handelte von Druckkostensparen. Die Tatsachen waren vielleicht richtig, die zugeordneten Bilder und Farben jedoch falsch. Mit der Kollision der Systeme brach dann zuerst das Farbschema zusammen und der nächste Betrug begann. Die Substanzen sind, wenn man sie in Ruhe lässt, von sich aus eher fahl, erdig, sandgrau oder steingrau, vielleicht aschgrau. Die Fassaden der Häuser sind sandgrau, weil dem Putz Sand zugeschlagen wurde. Ich erinnere mich an diese Merkwürdigkeit, als die Fassaden bunt getüncht wurden und Menschen und Landschaften zum Blühen gebracht werden sollten. Da blieb innerlich doch das Graube stehen und fand nun in seinem äußeren Anstrich seine innere Entsprechung nicht mehr. Das führt zu so einer Dissonanz und einer inneren Zerrissenheit. Ich glaube, Glücksversprechen gibt es nur in Farbe. Ein nicht eingelöstes Glücksversprechen, dessen Farbe mit den Jahren blass und brüchig wird, ist ein Anblick, den man landläufig als schäbig bezeichnet. Das wieder zum Vorschein kommende Grau ist nur noch eine unansehnliche Enttäuschung, die sich selbst nie mehr genügen wird. Die grellen Farben blendeten zuerst, ließen schnell das Auge abstumpfen. Die Feinheiten der Grauschattierungen waren daneben nicht mehr wahrnehmbar. Sie hatten verloren. Es liegt eine Ehrlichkeit, eine Unbestechlichkeit in diesen Prozessen. Deshalb mache ich mir die Mühe, sie zu beschreiben. Wenn man nach etwas Substantiellem suchen möchte, nach etwas, das in der Zeit Bestand hat, muss man immer das Material befragen. Die Oberflächen geben mir keine genaue Auskunft. Oder sie erzählen nur von der Intention des Besitzers, aber nichts vom Material darunter. Jedes System will auf seine eigene Weise die Zeit unter Kontrolle bringen. Aber welch Zauber und zugleich Zwang, alles jederzeit wie neu erscheinen zu lassen, jeglichen Alterungsprozess unsichtbar zu machen. Es geht nur, indem Oberflächen vorgeblendet werden. So kommt eine Fremdheit zwischen Substanz und Oberfläche. Da lauert das Groteske. Eine Substanz geht in Reaktion mit ihrer Umgebung und den Ereignissen. Diese schreiben sich in sie ein. Patina ist ein Begriff, der gern im Zusammenhang mit den Worten Würde und Altern verwendet wird. So liegt im Grotesken immer das Würdelose inne. Es ist von ruheloser und gehetzter Natur. Das war für einen jungen Menschen alles uninteressant. Beides. In Würde altern war uninteressant. Und die glänzenden Oberflächen sind frustrierend, wenn man selbst kein Geld hat. Ich bin also ins Kino gegangen. Das war meine Rettung. Das war reine Flucht gewesen. Flucht in eine andere Welt. Eine andere Zeit. Und in Farbspektren, die nichts mehr mit Substanzen und Oberflächen zu tun hatten, sondern nur noch mit Licht. Du gingst ins Kino wie andere auf Reisen. Zwischen 1990 und 99 hast du ungefähr alles gesehen, was gerade lief. Manchmal mehrmals. Du warst immer allein. Es ging dir nicht um Geselligkeit. Anfangs überwältigte dich die Intensität, die Vielfalt und Ferne dieser Bildwelten. Du warst den Bildern völlig erlegen. Nichts von all dem war vertraut. Ich war damals absolut fasziniert und gleichzeitig hat mich das geärgert. Mich hat geärgert, dass ich dem nichts entgegensetzen konnte. Die Bilder fielen sozusagen auf mich herab und ich war ihnen ausgeliefert. Ich begann dann, Filme mehrmals zu sehen, um mich daran zu gewöhnen. Eine Art Abhärtung. Ich hatte mir sogar notiert, wie oft ich einen Film sehen musste, bis eine Unempfindlichkeit eintrat. Ich glaube, es war ein Film von Pasolini, den ich drei- oder viermal sah, so lange, bis er mir gleichgültig wurde. Dann endlich, 1994, kam ich drauf. Ich hatte zufällig eine Kamera dabei und begann, mir ein paar Bilder zu machen. Das war magisch. Wie von einer Reise nach Hause kommen, Filme entwickeln und nochmal sehen, was man gesehen hatte. Wenn ich einen Moment verpasst hatte, machte ich einfach dieselbe Reise noch einmal. Dieselben Bilder. Mich interessierten immer die beiläufigen, völlig unspektakulären Bilder. Die Momente zwischen den Szenen, Bilder, die in verschiedenen Filmen immer wiederkehren. Landschaft, Autos, die durch Landschaft fahren, Tankstellen, Straßen, Hotels, kleine und große Desaster, Situationen zwischen zwei Personen und schließlich Fotos, die vergangene Situationen zeigen. Inzwischen hattest du dich darauf beschränkt, nur noch in amerikanischen Actionfilmen mit vorhersehbaren Handlungsverläufen zu fotografieren. Die mitgenommenen Bilder sammeltest du in einem Briefmarkenalbum. Und mit den Jahren entstand eine Sammlung aus immer wiederkehrenden Motiven. Es ging dir um die Querverbindungen zwischen den Filmen, um Ähnlichkeiten und Verwandtschaften. Aus heutiger Sicht, mit der zeitlichen Distanz, sieht man deutlicher das Typische dieser Bilder. Nur hier, in diesen Filmen, in manchen Momenten, fand ich, was mich eigentlich interessierte. Es gab da eine seltsame Klarheit, eine besondere Freiheit genau dieser Bilder. Gerade weil sie nur für einen bestimmten Zweck produziert wurden und nicht den subjektiven Absichten eines Autos unterlagen, hatten sie diese Offenheit. Nur deshalb konnte und wollte ich sie überhaupt fotografieren. Weil sie als Bilder scheinbar diese eigenartige Absichtslosigkeit hatten. Nur deshalb konnte ich sie herausholen aus ihrer Erzählung und in meine Sammlung einfügen. Man kann meinen, das läge vielleicht am Filmmaterial, vielleicht auch an den Fahrzeugtypen oder einem bestimmten Blick der Kameraleute oder ihren Geräten. Man würde aber nicht zuerst darauf kommen, dass es eigentlich die Farben waren, die sich wie eine Geschmackserinnerung in den unteren Schichten des Bewusstseins abgelagert hatten. Wenn es so ist, dass jedes System mit seinen eigenen Methoden die Zeit unter Kontrolle bringen will und wenn jeder gern auf seine Weise die Zeit anhalten möchte, dann ist dir hier wirklich die Flucht gelungen. Du konntest dich ewig in die Zeitschleifen der Filme setzen, immer wieder, bis sie aus dem Programm genommen wurden. Die Zeit so in Schleifen zu zwingen und aus der Sicherheit der dunklen, weichen Sitze die Wiederholungen zu beobachten, war wie ein Sieg. In den Zeitschleifen zu fotografieren, war wie ein Doppelter Sieg mit Souvenir. Ich erinnere mich noch an New York, aber etwas undeutlich. Ich war 1995 mit Freunden dort, große Reise, lang gespart. Ich glaube, ich hatte damals mehr erwartet, aber das waren ja alles Projektionen. Natürlich kennt man eine Sache nicht, die man nur von Projektionen kennt. Man weiß nichts über den Geruch der Straßen, die Normalität des Alltags, die Melancholie des Vergnügungsparks, dessen Glanz vergangen ist und von Staub überlagert. Den Geschmack von Staub merkt man nur, wenn man hinfährt. Aber dann wird es eben sofort banal. Projektionen funktionieren ja nur mit einem gewissen Abstand. Viel merkwürdiger war eigentlich, was mir die Freunde erzählten, die mein Sammelalbum kannten. Es waren ja überhaupt nicht die signifikanten Szenen, die ich gesammelt hatte. Und trotzdem prägten sich die Bilder anscheinend sofort ein. Wenn sie dann zufällig im Kino denselben Film sahen, war das wohl etwas irritierend. Denn im Verlauf des Films waren es eben diese einzelnen von mir herausgeschnittenen Bilder, die sie dann regelrecht ansprangen. Oft auch völlig überraschend, weil es eben die belanglosen Bilder zwischen den Szenen waren. Das war ein Déjà-vu. Aber ich glaube, es war deshalb so absolut überraschend, weil der Kontext und die Technik den Unterschied machten. Es ging dir hier um die Medien, Film und Fotografie im Vergleich. Der beschriebene Effekt tritt ja nicht ein, wenn der Betrachter Szenen im Film wiedererkennt, die er bereits im Preview sah. Das Szenengedächtnis funktioniert anders als das Bildgedächtnis. Die szenische Bewegung ist zweidimensional angelegt und entwickelt weitere Dimensionen im Narrativ und über die Tonspur. Dagegen im einzelnen Bild bleibt ein Narrativ immer Behauptung und die Tonspur fehlt. Die dritte Dimension kommt im Moment des Betrachters vor dem Bild, dem Innehalten, dem Schauen. Im ersten Fall trifft der Film die szenische Bewegung auf den im Sessel fixierten Betrachter. Im zweiten Fall ist jedoch der potenzielle Betrachter in Bewegung und entscheidet, ob er sich einem Bild zuwendet. Das Bild verhält sich wiederum statisch und wartet auf Wahrnehmung. Erst die Wahrnehmung aktiviert es. So entsteht eine unmittelbare Beziehung. So prägt es sich ein. All das geschieht beiläufig und mühelos und in Sekundenschnelle. Eine andere Art von Déjà-vu passierte mir erst neulich. Ich sah mit Freunden einen Film, allerdings so wie es jetzt üblich ist, zu Hause im Heimkino als Video. Es war kein schlechter Film, aber ich hatte völlig vergessen, dass ich ihn früher schon mal gesehen hatte. Mitten im Geschehen gab es eine Szene mit einem Auto, das vor einem Krankenhaus hielt, vor dem ein kleiner Baum stand. Plötzlich sprang es mich förmlich an, diese kurze Szene als ein klares Bild. Das kenne ich. Das habe ich. Sogar ausgeschnitten und eingeklebt im Sammelalbum. Aber den Film und seine Handlung hatte ich nach über 20 Jahren tatsächlich schon völlig vergessen. Ist das nicht dieselbe Sache? Na, ich bin nicht sicher, ob man das vergleichen kann. Die Sache mit den Fotos im Familienalbum. Manchmal weiß man nicht genau, ob man sich an eine Szene aus der Kindheit erinnert oder ob man sich an die Fotografie davon erinnert und deshalb denkt, die Szene hat so stattgefunden. Irgendwann, wenn man länger darüber nachdenkt, kann einem Jahr jeder Verwandte irgendwas erzählen und ein Foto dazu ins Album kleben. Aber was wirklich war, wer weiß das schon. Wie bei Rachel, der Replikantin aus Blade Runner, die nicht wusste, dass sie eine Replikantin war. Sie hatte so viele Bilder ihrer Familie und ihrer Mutter mit ihr als kleine Mädchen auf dem Piano stehen sehen, so viele Geschichten dazu gehört, dass sie an ihrer Herkunft keinen Zweifel hatte. In deiner Erinnerung ist alles wie Fäden, die ein Stück verlaufen, enden, sich verknoten, verzweigen, anders weiter verlaufen. Am Ende ergeben sie vielleicht ein Netz aus Knoten und Fäden, aber man weiß nicht, wohin es führt. Eine Linie führt immer irgendwo hin, wenn man ihr folgt. Straßen führen immer irgendwo hin, alles folgt irgendeinem Sinn. Von A nach B zu gelangen kann schon ein lohnendes Ziel sein. Du schaust aus dem Wagenfenster in die vorüberziehende Landschaft. Nichts lässt sich festhalten. Die Geschwindigkeit fragmentiert die Aussicht. Vielleicht habe ich deshalb immer diese kurzen Momente zwischen den Szenen gesucht, die unbestimmten Bilder. Weil die mit A und B nichts zu tun haben. Weil die kein Ziel haben, nichts wollen, nur Übergangsmomente sind. Da gibt es eine merkwürdige Ruhe. Nicht die vor dem Sturm. Sondern die, wo plötzlich alles möglich ist. Ein Richtungswechsel. Oder das Gegenteil davon. Aber es spielt plötzlich keine Rolle mehr, darum geht es. Der Film läuft weiter, aber für diesen kurzen Moment hat er keine Richtung mehr. Ich erinnere mich, das war ungefähr 1997, da versuchte ich, die Seite zu wechseln. Vom Zuschauer zum Vorführer. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf diese Idee kam. Es wurde in einem meiner Lieblingskinos eine Ausbildung zum Filmvorführer angeboten. Das schien mir damals genau das Richtige zu sein. Wenn man nur die technische Seite betrachtet, ist es natürlich eine rein mechanische Sache. Man wäre nach der Ausbildung in der Lage, das Material auf die richtige Art einzulegen. Insgesamt meist sechs Rollen an zwei Geräten, die abwechselnd projizieren. Man würde Filmrisse kleben können, Lampen wechseln, Spiegel justieren, Projektoren reparieren. Man hätte ein Grundverständnis von Optik, Akustik und Mechanik. Das Einzige war, man durfte keinesfalls durch das kleine Fenster der Vorführkammer den Film betrachten und die Zeit vergessen. Tauchte rechts oben im Bild das kleine Dreieck und der Kreis auf, war es bereits zu spät. Die Rolle endete unvermittelt, der zweite Projektor mit der nächsten Rolle war noch nicht gestartet, die Überblendung, die eigentlich nicht auffallen darf, gelang nicht, die plötzlich hell beleuchtete Leinwand blendete die Zuschauer im Saal, sie wendeten sich um, schauten hoch zum kleinen Fenster der Vorführkammer und sahen mein verträumtes Gesicht. Das durfte natürlich nicht passieren. Also setzte ich mich so, dass ich für die 20 Minuten Dauer einer Rolle den Projektor betrachtete. Wie der Film um die vielen Rollen glitt, damit das Material in der richtigen Spannung das Malteserkreuz erreichte. Wie wunderbar mechanisch es ratterte. Im Sommer war es heiß im Vorführraum. Auf den Lampenhäusern hätte man Tee kochen können. Das Licht blitzte aus allen Ritzen der alten Apparate heraus. Es erfüllte vom Lampenhaus bis zum Objektiv über Spiegel und Linsen das ganze Gehäuse, um schließlich als ein Strahlenbündel den Film auf die Leinwand zu werfen. Ein guter Vorführer hört am Geräusch des Apparates, wie es um die inneren Teile steht, wo ein Tropfen Öl fehlt, was justiert werden sollte. Er riecht es vorher, wenn die Lampe gleich durchbrennt. Staunend saß ich vor dem wundersamen Gerät in der Wärme, in der von kleinen Lichtblitzen erfüllten Dunkelheit, die ferne Hektik der Handlung halb im Ohr und schlief zuverlässig ein, bis eine ungute Stille und Helligkeit mich wieder weckte. Ich liebte diesen Job, aber ich machte ihn nicht lange. Du würdest dich immer an das Rattern der Projektoren erinnern. Noch nachts im Schlaf hörst du es, wie eine Tonspur ohne Film und ohne Ziel. Eines Tages müsste man eine Sammlung anlegen, dachtest du. Die Projektoren und ihr spezifisches Rattern aufnehmen. Dann lassen sich die Unterschiede vergleichen. Man kann es sich besser merken und wiedererkennen, wie Vogelstimmen. Die Namen der Projektoren waren selten klangvoll, oft geografisch, manchmal biografisch, immer pragmatisch. Sie hießen Dresden, Ernemann, Myopter. Die kleineren Tischgeräte hießen Noris, Hanimex, Weimar, Porst. Wenn man sie einmal fotografieren wollte, müsste man sie in einen dunklen Raum stellen, ohne Film laufen und leuchten lassen und sie so nur vom Widerschein ihres eigenen Lichts beleuchtet fotografieren. Ich erinnere mich noch an jedes Kino unserer Stadt. Das Kapitol in der Innenstadt war das größte und schönste, das man sich denken kann. Allein der schlagfertige Eisverkäufer war schon eine Legende. Das ganze Haus ein Original. Der Denkmalschutz hat tief und fest geschlafen, als das Kapitol kurzerhand abgerissen wurde, um Platz für weitere Kaufhäuser und Multiplexe zu schaffen. Dagegen die Schauburg im Westen draußen hatte schon immer dieses Vorstadt-Flair und es gab natürlich den Regina-Palast, der das Gegenteil eines Palasts war und sich mit seinem großen und sechs kleinen Sälen in die Höfe und Lücken eines Wohnblocks schmiegte. Mir war dieser Palast immer ein Rätsel geblieben. Ich hatte dort einige Jahre als Eismädchen gearbeitet, stieg mit dem Eiskörbchen die schmalen Treppen zu den entlegenen Sälen hoch und legte im Kopf einen Bauplan an. Es konnte nur so sein, dass jenseits der engen Gänge eigentlich Wohnungen lagen, zu denen wiederum schmale Treppen führten. Leider gab es keine Übergänge von einem Gebäude zum anderen, keine versteckten Türen. Ich war mir sicher, in den Wohnungen müsste man die Verfolgungsjagden und Explosionen noch hören können. Ich wünschte mir ein Zimmer direkt neben einem Kinosaal. Es gibt oft Zimmer an Bahngleisen. Man lebt dann mit Taktung des Fahrplans. Man muss ihn lieben und verinnerlichen, um so zu leben. Mich würde der Gong des Nachmittagsprogramms wecken. Alle Geräusche wären mir vertraut und kehrten immer wieder. Mit dem Abspann des letzten Films könnte ich wieder einschlafen. Manche Städte hatten früher Kinos in ihren Bahnhöfen, in denen kurze Filme liefen, die gewarte Zeit zwischen zwei Zügen überbrückten. Das war eine Bahnhof. Immer gelangte man irgendwo hin. Immer eine geradlinige Erzählung, begleitet vom Rattern der Getriebe. Es war mit den Jahren für dich mehr als eine Angewohnheit. Es war eine Heimat geworden. Es war nicht mehr so wichtig, ob die Stadt Leipzig, London oder Liverpool hieß. Die Straßen abends auf dem Weg zum Kino waren nur sparsam beleuchtet. Im Kino war es dunkel und komfortabel. Dieselben Filme liefen überall. Die Kinos hießen Universal, Delphi, Astoria und versprachen schon im Namen ein Panorama von griechischer Sagenwelt bis in kosmische Galaxien hinein. Du hast den Faden verloren. Ich habe den Faden verloren. Die Bruchstücke meiner Erinnerung lassen sich nicht mehr in eine Reihe fädeln. Sie tauchen als Bilder aus dem Dunkel der Erinnerung auf und verschwinden wieder. Eine Erzählung ist immer ein Versuch irgendwo hin zu gelangen und womöglich noch jemanden mitzunehmen, willige Zuhörer, die geduldig folgen. Eine Erzählung ist immer eine Bewegung weg von der Einsamkeit und sie ist die Behauptung, dass wir an einen Punkt gelangen werden, den wir noch nicht kennen. Warum auch nicht? Und wer möchte schon allein zurückbleiben? Was ich immer haben wollte, unbedingt, war die Esper-Maschine, die in Blade Runner zum Einsatz kam. Das ist genial. Man gibt ein Foto hinein und kann es immer weiter vergrößern. Alle Details immer genauer erkennen. Nichts löst sich sanft im Silberkorn auf, wie in der Szene in Blow-Up. Alles bleibt Bild und wird Bewegung im Bild. Mit der Bewegung wird das Bild zum Raum. In einen Spiegel hineingehen, dann um eine Ecke gehen, noch einmal genauer hinsehen und sie endlich finden. Die Replikanten in ihrem Versteck. Man muss sich immer an die Bilder halten, meintest du. Die sind die Knoten zwischen den Pferden der Erzählung. Du hattest anfangs gesagt, wenn man nach etwas Substantiellem suchen möchte, nach etwas, das in der Zeit Bestand hat, muss man immer das Material befragen. Wenn es gelingt, dieses Material zu fotografieren, bevor jemand mit besten Absichten eine bunte Farbschicht darüber tüncht, dann hat man schon etwas in der Hand. Eine unaufdringliche Geschichte, ein Abglanz, eine Spur von Licht, vom Material durch die Linse in die Silberschicht. Wenn man nur genau genug hinschauen würde, sich in den Bildern wie in Räumen aufhalten, sie bewohnen und sich ihnen ganz anvertrauen, könnte man vielleicht doch die Zeit anhalten und sie dann sogar in eine beliebige andere Richtung lenken. Das ist natürlich eine Anstrengung, wie früher beim Tauchen im See mit den anderen damals. Natürlich ging es immer darum, wer am längsten die Luft anhalten kann. Mir hatte mal jemand erzählt, wenn man die Luft anhält, bleibt die Zeit stehen. Aber das würde nur unter Wasser funktionieren. Bild und Gedächtnis hängen unmittelbar miteinander zusammen und lassen uns an den Trugschluss glauben, dass sie auch wahr sind. Aus der Erinnerung an Bilder, die man im Gedächtnis hat, kann noch kein Anspruch an Wahrheit abgeleitet werden. Aber hier gibt es einen feinen Unterschied zwischen Leben und Kino. Der Abspann mit der Erklärung, dass alle Personen und Handlungen frei erfunden sind und jegliche Ähnlichkeit mit realen Ereignissen reiner Zufall ist. Du mochtest diese Stelle im Abspann so gern, dass du begonnen hattest auch das zu fotografieren und zu sammeln. Wäre das nicht fantastisch? Wenn es am Ende des Lebens auch einen langen Abspann gäbe, mit allen beteiligten Personen in der Reihenfolge des Auftretens, dann diese herrliche Relativierung, dass alles frei erfunden war und schließlich Ende. Fiene. Kanjetz. The End. The End. Untertitelung des ZDF, 2020